Da wurde ich gefragt, ob ich den Fußgängern eine Spur auf dem Radweg freifahren kann, weil die Stadt sich nicht drum kümmert. Tja, flöt gelaufen, jetzt brauche ich Hilfe. Soll ich den Fußgängern eine Spur auf dem Radweg freifahren kann, soll ich den Fußgängern. Soll ich ihn nicht mehr auf dem Radweg freifahren, soll ich den Fußgängern. Soll ich den Fußgängern? Not voll. bring mal ne Schaufel mit, ich hab mich festgefahren wo bist du denn? auf dem Radweg alles klar, ich komme das ist peinlich, jeder sieht mich ja, ich kann es nicht ändern, ich kann deswegen jetzt nicht fliegen aber ich beeil mich, ja, ich bin nämlich gerade draußen fahr den Fußgänger eine Spur auf den Radweg, haben sie gesagt ist schon in Ordnung, haben sie gesagt von wegen jetzt häng ich hier, guck blöd aus der Wäsche da kommt denn dann noch mal ne Verwehung vor der Bahn oder so? da kann sein, da musst du dann einfach vorher stoppen, dann gehen wir da drüber rum ich glaub nicht, ich weiß es nicht da ist ja mal, da ist Schnee aufgehäuft, ich weiß nicht, ob man da durch kann aber da muss man halt drüber herklettern ich muss hier einfach über die Straße fahren und gucken, wie das aussieht ja, fahr mal los wir warten hier und gucken da hinten, die Leute, die da laufen, laufen auf der Straße, aber nicht auf dem Radweg ja, gut, ich bau an auf ja, gut, ich bau an auf ja, gut, ich bau an auf ja, gut ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020